Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes Die Tote aus dem Moor Neues aus der Baker Street Folge 6 Ein Bookstream-Hörbuch Gelesen von Rupert Pichler Es war ein Februarnachmittag des Jahres 1891, als ich aufgrund eines leichten Brustkartars früher als gewöhnlich meine Praxis verließ. Zu Hause angekommen, fand ich zu meiner großen Überraschung einen Eilbrief von Holmes vor. Ich hatte meinen Freund eigentlich noch auf Recherchereise in Nordfrankreich gewähnt, wohin ihn die Ermittlungen in einem komplizierten Betrugsfall geführt hatten. Ich öffnete sein Schreiben umgehend. Mein lieber Watson, war darin zu lesen, sicherlich erinnern Sie sich noch an jenes kleine Abenteuer, das uns vor einigen Jahren ins Dartmoor führte. Natürlich erinnerte ich mich daran, wie hätte ich den Hund von Baskerville vergessen können. Und auf etwas anderes konnte Holmes unmöglich anspielen. Zugleich traten die damaligen Ereignisse wieder vor mein geistiges Auge. Ein gewisser Dr. Mortimer hatte uns damals in der Baker Street aufgesucht, um den Tod eines seiner Patienten aufklären zu lassen. Eines gewissen Charles Baskerville, dem Angehörigen eines alten Adelsgeschlechts aus Stavonshire. Der alte Baskerville hatte zwar an einer Herzschwäche gelitten, war also augenscheinlich an einer natürlichen Ursache verstorben. Allerdings zeigte sich dessen Hausarzt Dr. Mortimer fest davon überzeugt, dass der Herzanfall seines Patienten nicht unter gewöhnlichen Umständen erfolgt war. Vielmehr glaubte er, dass es ein tödlicher Schreck gewesen sein musste, der seinen Patienten ins Jenseits befördert habe. Ein Schreck, der laut Dr. Mortimer mit einer alten Familienlegende von einem Geisterhund im Zusammenhang stand. Zwar hegte Holmes damals ebenso wenig Sinn für Gespenstergeschichten wie heute, entwickelte aber aufgrund gewisser Eigentümlichkeiten des Falles doch recht rasch ein Interesse daran. Letzten Endes erwies sich die ganze Angelegenheit als deutlich mehr von dieser Welt, als man aufgrund der erschauerlichen Legende hätte annehmen können. Holmes gelang ihre Aufklärung gerade noch rechtzeitig, um wenigstens das Leben von Sir Henry Baskerville zu retten, dem Erben Charles Baskervilles, der, soweit ich weiß, seither wohlbehalten auf dem Gut seiner Vorväter residiert. Ich wendete mich wieder Holmes' Brief zu. Dr. Mortimer ersucht uns erneut um Hilfe. Ich schreibe UNSERE, da der Doktor ausdrücklich auch Sie erwähnt, weshalb ich Sie hiermit von der ganzen Sache in Kenntnis setze. Offenkundig kommt er diesmal nicht in der Angelegenheit eines Patienten, sondern ist selbst der Geschädigte, wenn auch glücklicherweise nicht in einem wirklichen, physischen Sinn, denn es scheint sich so zu sagen, um einen Fall von Schädelvandalismus zu handeln. Doch lesen Sie am besten selbst. Da mich Dr. Mortimer aufgrund meines Frankreich-Aufenthaltes nicht persönlich antreffen konnte, hat er mir einen Brief nebst dreier Zeitungsartikel zurückgelassen. Ich habe Ihnen alle Dokumente beigefügt. Übrigens habe ich Ihnen bereits geantwortet und mit Rücksicht auf Ihre ärztlichen Verpflichtungen ein Treffen für den kommenden Sonntag anberaumt. Ich hoffe, Sie haben Zeit, sich uns anzuschließen. Mit den herzlichsten Grüßen, Holmes. Als ich das Wort Schädelvandalismus las, musste ich schmunzeln. Ich erinnerte mich, dass unser Bekannter von damals ein eigentümliches Steckenpferd gehabt hatte, die Anthropologie, beziehungsweise das Studium menschlicher Schädel, welches er, wie wir gleich bei unserer ersten Begegnung erfuhren, mit bisweilen exzentrischer Leidenschaft verfolgte. So war eines der ersten Worte, welches Mortimer damals an Holmes gerichtet hatte, ein Kompliment zu dessen eigentümlicher Kopfform gewesen. Mortimer hatte daraufhin sogar die äußerst merkwürdige Bitte geäußert, doch vielleicht einmal den Scheitel meines Freundes befühlen zu dürfen, was Holmes unserem Klienten übrigens ohne eine Miene zu verziehen gewährt hatte. Holmes' Andeutungen legten nun nahe, dass der neuerliche Fall etwas mit dieser speziellen Passion Dr. Mortimers zu tun hatte. Gespannt machte ich mich an die Lektüre der Zeitungsartikel, die alle drei im Devonshire Chronicle erschienen waren, der einzigen größeren Zeitung der Dartmoor-Region. Der älteste und mit Abstand längste der drei datierte vom 28. Januar und trug die etwas sensationsheischende Überschrift Urmenschenfund im Moor. Urmenschenfund im Moor? Am 26. Januar haben zwei Torfstecher in der Nähe von Comby Tracy eine einigermaßen schauerliche Entdeckung gemacht. Peter Thompson und Joseph Perkins hatten soeben ihr Tagwerk aufgenommen, als sie in einem der Moortümpel in der Nähe etwas aus dem Wasser ragen sahen. Wie Mr. Perkins zu Protokoll gab, gingen die beiden Männer zunächst davon aus, dass es sich vielleicht um ein Werkzeug oder einen anderen verlorengegangenen Gegenstand handeln könnte. Bei der Arbeit hier fällt einem mitunter etwas ins Wasser und ist dann schwer wieder herauszubekommen. Aber manchmal gibt das Moor die Dinge später wieder frei. So Mr. Perkins gegenüber dem Devonshire Chronicle. Die beiden Männer näherten sich daraufhin dem Gewässer, wo sie dann feststellten, worum es sich bei dem vermeintlichen Werkzeug tatsächlich handelte, um nichts anderes als eine aus dem trüben Wasser ragende menschliche Hand. Durch das Moorwasser geschwärzt, sei diese auf den ersten Blick nur schwer als solche zu erkennen gewesen. Die beiden tapferen Männer zögerten nicht lange, sondern holten sogleich ihre Schaufeln, um die Hand, oder besser gesagt, den gesamten zur Hand gehörenden Körper aus dem Tümpel zu ziehen. Gleich im Anschluss machte sich einer der beiden, Mr. Peter Thompson, eiligst auf zur Polizeiwache von Combi Tracy, wo man die Leiche vorerst in Gewahrsam nahm. Auf der Wache von Combi Tracy sind aus den letzten Jahren keinerlei Vermisstenmeldungen eingegangen. Allerdings ist es möglich, dass der Todeszeitpunkt der geborgenen Person deutlich weiter zurückliegt, als das lokale Polizeiregister reicht. Obgleich an der Leiche das Fleisch und sogar die Kleidung noch teilweise erhalten sind. Bekanntlich können Leichen im Moor lange Zeiträume überdauern, ohne in Verwesung überzugehen. Grund hierfür sind besondere chemische Eigenschaften des Moorbodens, dessen Säure und mangelnder Sauerstoff die Körper für lange Zeit konserviert halten. Allerdings könnte es sich in diesem Fall um einen Fund handeln, der sogar vor dem Hintergrund der eben beschriebenen Zusammenhänge eine Sensation wäre. So fiel einem lokalen Polizeiwachtmeister auf, dass der oder die Tote höchst ungewöhnlich proportioniert war. Obgleich ausgesprochen klein, ungefähr vier Fuß acht, schien es sich nicht um den Leichnam eines Kindes zu handeln. Hierauf verwiesen die vergleichsweise breite Hüft- und Schulterpartie, vor allem aber der kleine Schädel, der sich zudem durch weitere anatomische Besonderheiten wie ein auffallend schwach ausgeprägtes Kinn, eng stehende Augenhöhlen, eine flache Stirn und ein vergleichsweise flach wirkendes Nasenbein auszeichnete. Handelt es sich also überhaupt um einen gewöhnlichen Menschen oder womöglich um den Angehörigen einer fremden Gattung, die heute längst nicht mehr auf Erden wandelt? Wie so manchem Leser bekannt sein dürfte, sind in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten Europas Funde von Urmenschen gemacht worden, allerdings bislang noch nicht auf den britischen Inseln. Der Tote aus dem Dartmoor könnte eher der erste Urmenschenfund England sein? Der Demonscher Chronicle wird über die weiteren Entwicklungen berichten. Bei den anderen beiden Artikeln handelte es sich lediglich um kurze Meldungen. Ich nahm mir zunächst den vor, der auf den ersten chronologisch folgte. Lokaler Gelehrter soll Moorleiche untersuchen. Bezüglich des Moorleichenfundes bei CombiTracy, über den wir in unserer Zeitung vor einigen Tagen berichteten, gibt es eine neue Entwicklung. Nach Auskunft der lokalen Polizeiwache soll sie in Kürze einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. Allerdings soll der Leichnam dafür nicht, wie zunächst angedacht, nach London überstellt werden. Stattdessen hat man sich dazu entschlossen, ihn einem in der Region lebenden Arzt zur Prüfung vorzulegen, der sich zufällig als hochrangiger Experte in menschlicher Schädelkunde erweist. Die Untersuchungen sollen in Kürze beginnen und werden hoffentlich bald Klarheit in das Mysterium um die Leiche aus dem Dartmoor bringen. Die letzte Meldung schließlich war nur zwei Tage später erschienen. Leichenschändung in CombiTracy Bezüglich der kürzlich nahe CombiTracy geborgenen Moorleiche, der Devonshire Chronicle berichtete, gibt es eine bedauerliche Neuentwicklung. Ein Unbekannter ist offenbar in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar in den Keller der Polizeiwache von CombiTracy eingedrungen, um dort mit einem schweren Gegenstand den Schädel des im dortigen Keller aufgebahrten Leichnams zu zertrümmern. Das Motiv für das Vergehen ist unklar. Möglicherweise handelt es sich um die Tat eines Geisteskranken. Hinweise werden erbeten und an der Polizeistation von CombiTracy sowie an anderen regionalen Polizeidienststellen entgegengenommen. Ich faltete die Blätter zusammen. Alles in allem eine recht schauerliche Geschichte. Obgleich der ebenfalls beiliegende Brief Dr. Mortimers kaum weitere Informationen enthielt, war mir doch klar, wie unser ehemaliger Klient mit der Sache in Zusammenhang stehen musste. Zweifellos war er der erwähnte Experte, der die Moorleiche demnächst einer genaueren Untersuchung hätte unterziehen sollen. Es war jedenfalls kaum anzunehmen, dass sich im äußerst spärlich besiedelten Dartmoor eine weitere Person finden würde, die über ähnlich fundierte anthropologische Kenntnisse verfügte, wie Dr. Mortimer. Wie von Holmes brieflich erbeten, fand ich mich am darauffolgenden Sonntag in der Baker Street ein. Sogar etwas früher als verabredet, um meinen alten Freund noch zu seinen Erlebnissen in Frankreich befragen zu können. Holmes war gerade mitten in der Schilderung seiner dortigen Abenteuer, als es auch schon an der Tür klingelte und sich der großgewachsene und ausgesprochen schlachsige Dr. Mortimer unter dem Türrahmen hindurchduckte. Er hatte sich seit unserer letzten Begegnung kaum verändert und schien sogar denselben Mantel zu tragen oder doch zumindest einen sehr ähnlichen Typs. Auch seinen alten Spazierstock hatte er noch, an dem Holmes damals so vieles über ihn abzulesen vermocht hatte. »Mr. Holmes, Dr. Watson, ich freue mich außerordentlich, Sie zu sehen.« Mortimer trat auf uns zu und reichte uns seine etwas schlaffe Hand. »Es freut mich insbesondere, dass auch Sie sich die Zeit nehmen konnten, Dr. Watson. Mr. Holmes hat mir brieflich berichtet, dass Sie nicht mehr in der Baker Street wohnhaft sind, da Sie vor einiger Zeit in den Ehestand eintraten. Meine verspäteten Glückwünsche hierzu. Vielen Dank. Ich möchte gleich zur Sache kommen, meine Herren. Aus meinen Berichten wissen Sie ja bereits über das Wichtigste Bescheid, insbesondere über die Sache mit dem Einbruch. »Wenn Sie den auf der Polizeiwache meinen, dann ja«, erwiderte Holmes. Dr. Mortimer blickte Holmes ein wenig verwundert an. »Gibt es denn noch einen weiteren, von dem ich wissen wollte? Nun, bei Ihnen selbst ist doch offensichtlich ebenfalls eingebrochen worden.« Das Erstaunen in Dr. Mortimers Zügen trat nun noch deutlicher zutage. »Ja, das stimmt tatsächlich«, erwiderte er nach einer kurzen Pause. »Woraus haben Sie dies nun wieder erschlossen? Ich halte mich für keinen schlechten Analytiker, aber in Sachen Deduktionskunst sind Sie mir doch stets drei Schritte voraus.« »Nun«, erwiderte Holmes, »zunächst fielen mir Hundehaare auf Ihrem Mantel auf. Als einen Hundefreund habe ich Sie ja bereits bei unserer ersten Begegnung kennengelernt. Allerdings hielten Sie sich damals einen braunen Spaniel, wogegen die heutigen Haare auf Ihrem Mantel schwarz sind. Im Gegensatz zu damals führen Sie Ihren Hund diesmal nicht mit sich, wovon mich ein kurzer Blick auf die Straße kurz vor Ihrem Eintreten überzeugen konnte. Aus alledem schließe ich, dass es sich bei Ihrem jetzigen Hund um einen Wachhund handelt, der ans Haus gewöhnt werden, beziehungsweise an dieses gebunden bleiben soll. Ferner bemerkte ich braune Erdflecken auf der Seite Ihres Mantels, die mir Pfotenabdrücke zu sein scheinen. Daraus schließe ich, dass es sich um ein recht großes und außerdem einigermaßen junges und ungestümes Tier handelt, dem es noch ein wenig an gute Erziehung mangelt und das sich daher noch nicht lange in Ihrem Besitz befinden kann. Ich nehme an, Sie hatten schon längere Zeit erwogen, sich wieder einen Hund anzuschaffen, wobei ein Einbruch dann schließlich den Ausschlag dafür gab, sich für einen Wachhund zu entscheiden, wie es ja auf dem Lande aus naheliegenden Gründen üblich ist, insbesondere in so einsamen Gegenden wie dem Dartmoor. Einmal mehr meinen Respekt, Mr. Holmes, genau so ist es. Tatsächlich hatten meine Frau und ich schon länger darüber nachgedacht, uns wieder einen Hund ins Haus zu holen, bis wir uns schließlich unseren Sam besorgten. Und ja, er muss noch ein wenig Manieren beigebracht bekommen, da haben Sie ganz recht. Ein wenig verlegen, klopfte sich Dr. Mortimer seinen Mantel ab. Wie Sie sich ja vielleicht erinnern, ist mein armer Bertie just zu der Zeit, als sie in Baskerville gerade den Geisterhund jagten, einem Moortümpel zum Opfer gefallen. Ich zögerte zunächst ein wenig, ihn sogleich durch einen Nachfolger zu ersetzen. Dann kam allerdings schon bald der Gedanke an einen Wachhund auf, der in unserer Wohnlage vielleicht sinnvoll wäre, zumal meine Frau und ich seit einiger Zeit eine kleine Tochter haben. Mit dem Einbruch war unsere Entscheidung dann schließlich gefallen, obgleich dabei eigentlich kein großer Schaden entstanden war, daher hatte ich die Sache zunächst auch nicht erwähnt. Tatsächlich wurde nur die Scheune aufgebrochen und nichts gestohlen, ich vermute von ein paar Zigeunern, die gerade in der Gegend lagern, oder vielleicht auch von einem Landstreicher, der sich dort ein Nachtlager genommen hat. Ich verstehe, erwiderte Holmes und zündete sich eine Pfeife an. Anschließend reichte er die Streichholzpackung an Dr. Mortimer weiter. Der griff umgehend nach seiner Brusttasche, um ein Päckchen Zigaretten herauszuholen. Dann also zu jenem anderen Einbruch, den Sie soeben erwähnten, dem auf der Polizeiwache von Combi Tracy, wegen dem Sie mich, wie ich annehme, aufsuchen. Ganz recht, tatsächlich ist dies genau die Sache, in der ich zu Ihnen komme. Sie müssen Folgendes verstehen. Zwar handelt es sich bei diesem Einbruch natürlich um eine Straftat und ergo auch um eine Angelegenheit für die regulären Strafverfolgungsbehörden. Doch sieht die Polizei in dieser Sache maximal einen Fall von Leichenschändung, wenn nicht gar bloß einen Fall von Hausfriedensbruch und Vandalismus? Für mich ist die Sache aber natürlich weit bedeutender, wie Sie sich vorstellen können. Für Sie wäre die Untersuchung der Moorleiche eine einmalige Gelegenheit gewesen, zu wissenschaftlichen Ehren zu gelangen, vielleicht sogar Teil einer sensationellen Entdeckung zu werden, warf Holmes ein. Nun ja, ja, gewissermaßen, wobei ich einschränkend hinzufügen muss, dass die Presse mit ihrer Sensationslust und ihren daraus folgenden, allzu vorschnellen Urteilen die Situation wohl übertrieben darstellt. Ich selbst bin mir keineswegs sicher, ob es sich bei der Leiche wirklich um die eines Prähistorien wie von einer gewissen Zeitung behauptet. Tatsächlich lassen die bekannt gewordenen Beschreibungen sogar gewisse Zweifel daran aufkommen. Doch hätte mich eine Untersuchung des Leichnams deshalb nichtsdestoweniger gereizt. Ganz im Gegenteil wäre seine Inspizierung wohl gerade deshalb über die Maßen aufregend und aufschlussreich gewesen. Ich verstehe, bemerkte Holmes. Ihnen ist aber klar, Dr. Mortimer, dass die Schädigung, die die Wissenschaft und nicht zuletzt Sie persönlich in dieser Angelegenheit erfahren haben, letztlich nicht ausschlaggebend für das Strafmaß sein dürfte. Also auch wenn wir den Täter ausfindig machen, so wird er letztlich wohl doch bloß wegen Hausfriedensbruch oder Vandalismus belangt werden, wie Sie ja selbst bereits ausführten. Wenn es sich bei dem Täter tatsächlich um einen Geisteskranken handeln sollte, könnte eine Bestrafung sogar ganz ausfallen. Sind Sie sicher, dass Ihnen dies die ganze Angelegenheit wert ist? Aber, Mr. Holmes, mir geht es doch nicht um die Höhe der Strafe, sondern um die Wahrheit und in diesem Zusammenhang sollte ich vielleicht hinzufügen, dass ich keineswegs glaube, dass die Tat von einem Geisteskranken begangen worden ist. Sie haben also jemanden in Verdacht? Holmes zog an seiner Pfeife und stieß ein kleines Rauchwölkchen aus. Dr. Mortimer zögerte kurz. Nun, gewissermaßen, ja. Es gibt ein Vorkommnis, von dem ich Ihnen als nächstes zu berichten gedachte. Wie Sie ja, glaube ich, wissen, bin ich seit meiner Studienzeit Mitglied der englischen anthropologischen Gesellschaft. Der Gesellschaft verdanke ich seit jeher die wertvollsten Anstrengungen. Aber natürlich herrscht dort nicht ausschließlich freudige Einmütigkeit. Die regelmäßigen Dispute und die Senzen unter seinen Mitgliedern haben oft eine inspirierende Wirkung. Bisweilen sind sie aber auch ausnehmend persönlicher Natur und überschreiten dann gewissermaßen die Grenzen des guten Geschmacks. So ist kurz nach dem Moorleichenfunden im Devonshire Chronicle in unserem Fachorgan der Anthropological Review eine Polemik gegen die im Chronicle geäußerten Spekulationen erschienen. Der darin enthaltene Spott hatte ganz eindeutig nicht nur das eben erwähnte Provinzblatt zum Ziel, sondern auch und vor allem meine Person. Ihr Autor, ein gewisser Dr. Richard Feltham, schreibt darin zunächst über jene anatomischen Besonderheiten, die laut dem Devonshire Chronicle einem der Dorfpolizisten an besagtem Leichnam aufgefallen sind und wie diese mit der Hypothese eines möglichen Urmenschenfundes zusammenpassen oder eben nicht. Soweit, so gut. Doch zieht der Schreiber anschließend darüber her, wie sich gewisse Individuen, die sich selbst Wissenschaftler schimpfen, nicht zu schade dafür sein, ich zitiere, Statisten in einer provinziellen Schmierenkomödie zu spielen und dadurch den tadellosen Ruf der Anthropologie in den Schmutz zu ziehen. Wenn der Autor von Individuen schreibt, spielt er damit eindeutig auf mich an. Schließlich ist es eine allgemein bekannte Tatsache, dass ich der einzig namhafte Experte in Sachen Schädelkunde in der Region bin, auch wenn der Chronicle meinen Namen nicht ausdrücklich erwähnt. Der Spott seines Kollegen hatte Dr. Mortimer offenbar sehr getroffen. Denn er hatte die entsprechenden Zeilen zitiert, ohne den Artikel zur Hand zu haben. Sich eine neue Zigarette anzündend, fuhr er fort. Sie müssen wissen, Mr. Holmes, Dr. Watson, dass ich Feltham seit Jahren kenne. Er ist ein ausgesprochen ungehobelter Kerl von durchaus zweifelhaftem Charakter, wie ich meinen möchte. In der anthropologischen Gesellschaft kennt man ihn seit Jahren für seine fanatischen Bemühungen, in den Hochmooren von Yorkshire einen ähnlich spektakulären anthropologischen Fund zu machen, wie er vielen festländischen Kollegen bereits geglückt ist, etwa in Deutschland oder Frankreich. Sie meinen also, den Skelettfund eines Urmenschen, warf ich ein. Ganz genau, Sie als Arzt, Dr. Watson, und Sie als größter Experte in kriminologischen Dingen, bei diesen Worten wandte sich Dr. Mortimer an Holmes, wissen ja vielleicht von jenem Fund eines prähistorischen Skeletts, das man vor nunmehr 35 Jahren im deutschen Rheinland gemacht hat, in einer Region namens Neandertal. Den Homo Neandertalensis, gewiss, rief ich aus, eine spektakuläre Entdeckung. Schließlich bestätigte er nicht zuletzt die Annahmen Charles Darwins, dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben müssen. Der Schädel des Neandertalens verdeutlicht jedenfalls eindrücklich, dass wir den Affen wohl ähnlicher sind, als du manchem lieb bist. Dr. Mortimer lächelte. Richtig, und Dr. Feldham erhofft sich nun eben, in England einen ähnlich bedeutenden Fund zu machen. Um sein Ziel zu erreichen, arbeitet er allerdings keineswegs mit der forschenden Gemeinschaft zusammen. Vielmehr ist er ein ausgesprochener Eigenbrötler und wacht über sein Wissen ganz und gar eifersüchtig. Die seit Jahren ausbleibenden Erfolge haben ihn dabei nicht eben umgänglicher gemacht. Manchmal frage ich mich, wieso er der anthropologischen Gesellschaft überhaupt noch angehört. Wenn einem Kollegen eine aufregende Entdeckung gelingt, so freut er sich darüber keineswegs, sondern missgönnt ihm diese durch und durch. Im vorliegenden Fall kommt aber noch etwas hinzu. Sollte es sich bei dem Fund aus dem Dartmoor tatsächlich um einen prähistorischen Menschen handeln, oder sollte Dr. Feldham zumindest annehmen, dass dies der Fall sein könnte, so würde er wohl zu Recht um sein wissenschaftliches Lebenswerk fürchten. Die Folgen wären nicht nur, dass Ruhm und Ehre jemand anderem zufielen, mir in diesem Fall, auch würden sich wohl seine Geldgeber von ihm abwenden und er in weitere Forschungen im Dartmoor investieren. Feldhams Forschungsarbeit wird ganz und gar von privaten Gönnern finanziert, müssen Sie wissen. Ich verstehe, bemerkte Holmes. Und nun möchten Sie, dass ich diesen Dr. Feldham in York aufsuche und zur Rede stelle. Gewissermaßen, ja, die Polizei in Devonshire hält die Sache natürlich für nicht ausreichend wichtig, um ihre Ermittlungen auf Yorkshire auszudehnen. Diese Männer können natürlich unmöglich einschätzen, von welch immenser Bedeutung diese Moorleiche für die Wissenschaft ist, oder zumindest sein könnte. Zudem ist Dr. Feldham ein kluger Kerl, dessen Überführung ich einem Wachtmeister aus der Provinz unter keinen Umständen zutraue. »Schön«, erwiderte Holmes gut gelaunt. »Der Fall scheint mir zwar nicht eben der spannendste meiner Berufslaufbahn zu sein, doch könnte die Aussicht auf einen intelligenten Täter doch immerhin ausreichend Herausforderungen bieten und mich auf die Sache einzulassen. Zudem fühle ich mich Ihnen natürlich auch ein Stück weit verpflichtet seit unserem gemeinsamen Abenteuer im Dartmoor. »Ausgezeichnet! Das freut mich sehr, Mr. Holmes!« Dr. Mortimer stand auf, um Holmes die Hand zu schütteln. »Dann möchte ich Ihre wertvolle Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Und auch, Dr. Watson. Ich hoffe, Sie werden dem Meister auch diesmal wieder die Muse sein, deren er so dringend bedarf, Ihren beruflichen Verpflichtungen zum Trotz. »Guten Tag, meine Herren!« Bei diesen Worten nahm Dr. Mortimer Schalen und Mantel vom Garderobenhaken und trat zur Tür hinaus. Holmes und ich kamen darin überein, dass ich ihn auf seiner Fahrt nach York nicht begleiten würde. Eine so kurzfristige Abwesenheit von meiner Praxis hätte sich für mich als schwierig erwiesen. Ich wartete daher gespannt auf Holmes' Rückkehr, über die er mich umgehend zu informieren versprochen hatte. Drei Tage später traf schließlich ein Telegramm von ihm ein, eine knapp formulierte Einladung in die Baker Street für den kommenden Freitagabend, zu der auch Dr. Mortimer erscheinen würde, so dass Holmes, wie er schrieb, die ganze Sache nicht zweimal erzählen müsse. Ich machte mich also an besagtem Tag auf nach Marylebone, wobei ich diesmal einen Teil der Strecke zu Fuß zurücklegte, um das ausnehmend schöne Winterwetter zu genießen. Nachdem das neue Jahr recht feucht begonnen hatte, herrschte seit über einer Woche eine sonnige Kälte, wie sie für diese Breiten höchst ungewöhnlich ist. Auf den Bäumen glitzerte dicker Raureif und an den Fensterscheiben bildeten Eisblumen die bizarrsten Formationen. Ich war soeben in die Baker Street eingebogen, da sah ich auch schon die schlanke, trotz seiner Jugend leicht gekrümmte Gestalt, Dr. Mortimers auf mich zukommen, so dass wir die 221 B gemeinsam betraten. Holmes, der seinen Lehnstuhl direkt vor den Kamin gerückt hatte und seine Beine unter einer karierten Decke verborgen hielt, winkte uns herein. »Kommen Sie, meine Herren, und lassen Sie die Kälte bitte draußen. Miss Hudson wird gleich eine Kanne heißen Tee bringen.« Noch während wir Schal und Mantel ablegten, kam Holmes auf seine Erlebnisse in York zu sprechen. »Ich hoffe, Sie nicht allzu sehr zu enttäuschen, Dr. Mortimer, wenn ich Ihnen sage, dass der von Ihnen verdächtigte Dr. Feltham kaum unser Mann sein dürfte. So unsympathisch er auch sein mag, in der Causer-Mohr-Leichen-Schändung ist er offenbar ganz und gar unschuldig. »Wie genau kommen Sie zu Ihrem Schluss, Mr. Holmes? Hat er ein Alibi?«, fragte unser Klient. »Wohl auch das. Und wohl ein recht solides obendrein. Doch selbst, wenn dies nicht der Fall wäre, von seiner Unschuld hatte mich Dr. Feltham bereits unabhängig hiervon überzeugt. Sozusagen auf wissenschaftlichem Wege. »Bitte, erklären Sie sich genauer,« wandte sich Dr. Mortimer an meinen Freund, während er auf einem der beiden Ohrensessel Platz nahm. »Sehr gerne. Wie Sie es beauftragten, fuhr ich gleich letzten Dienstag nach York. Ich hatte mich Dr. Feltham zuvor angekündigt, allerdings nicht als beratender Delektiv in der Angelegenheit eines Konkurrenten, wie sich versteht. Vielmehr hatte ich mich ihm telegrafisch als ein archäologisch und anthropologisch interessierter Privatier vorgestellt, wodurch ich beabsichtigte, Dr. Feltham als einen möglichen Förderer seiner Unternehmungen zu erscheinen. Alles in allem ist mir dies wohl auch gelungen, wenngleich mein Empfang durch Dr. Feltham nicht über die Maßen freundlich verlief. Als ich sein Haus betrat, fand ich ihn hinter seinem Schreibtisch sitzend vor. Weder erhob er sich zu meiner Begrüßung, noch erwiderte er mein Lächeln. Geschweige denn, dass er mir seine Gastfreundschaft durch eine Tasse Tee oder eine Geste ähnlicher Art erwiesen hätte. Wenn sich Dr. Feltham selbst seinen Gönnern gegenüber der Art unwirsch verhielt, so dachte ich mir, kann ich wohl erahnen, welch ungehobeltes Benehmen er gegenüber der Allgemeinheit an den Tag zu legen pflegt. Zugleich ließ mich dieser Mangel des Charme-Feldhams allerdings auch etwas anderes vermuten. Er musste seine Förderer ganz offensichtlich auf andere Weise gewinnen als durch seine Person, und das konnten eigentlich nur seine Qualitäten als Wissenschaftler sein. Nachdem wir eine Weile über die Unternehmungen des Doktors geplaudert hatten, legte ich das Gespräch allmählich auf unseren Fall, indem ich vorgab, aus der Region Dartmoor zu stammen und daher zufällig vom dortigen Moorleichenfund erfahren zu haben. Ich fragte Feltham, ob er es denn für möglich halte, dass dort tatsächlich eine bedeutende anthropologische Entdeckung gemacht werden sei. Zu meiner Überraschung antwortete Feltham nicht direkt, sondern er hob sich, um einen im Raum befindlichen großen Wandschrank aus Eichenholz zu öffnen. Es befanden sich darin mehrere aus Gips geformte Schädel und Schädelfragmente, von denen ich nicht zu sagen vermocht hätte, ob sie von Menschen oder von Affen stammten. Dr. Feltham nahm einen von ihnen heraus und platzierte ihn zwischen uns auf seinem Schreibtisch. Dies ist ein Abguss eines Neandertaler-Schädels, nicht der des namensgebenden Exemplars, das vor über drei Jahrzehnten im deutschen Rheinland gefunden wurde. Von diesem ist lediglich das Schädeldach erhalten. Vielmehr handelt es sich um eine Kopie eines vor 43 Jahren in der Region Gibraltar entdeckten Kopfes, von dem wir heute wissen, dass er dem Typus des Neandertales zugeordnet werden kann, wandte er sich an mich. Sehen Sie sich die anatomischen Besonderheiten an, die ihn von einem modernen menschlichen Schädel unterscheiden, etwa die vorspringende Mund-Nasen-Partie oder der kräftig ausgebildete Kiefer und natürlich die deutlich hervortretenden Wülster über den Augen, die vielleicht charakteristischste Eigenschaft dieser Unterart der Gattung Homo. Alles beeindruckend auffällige Hinweise darauf, dass Sir Charles Darwin mit seiner bahnbrechenden These von einer Verwandtschaft zwischen Mensch und Affe richtig lag. Eine These, die, wie Sie vielleicht wissen, nicht all seinen Zeitgenossen gleichermaßen schmeckte. Vielmehr veranlasste sie einige von ihnen zu karikierenden Darstellungen, die Mr. Darwin herabwürdigen sollten, indem sie den großen Biologen mit affenähnlichen Gesichtszügen zeigten. Was man den Urhebern dieser Darstellungen dabei bei aller Erbärmlichkeit zugestehen muss, Mr. Darwins Gesicht trug dabei tatsächlich ähnliche Züge. Wie dieser Schädel. Bei diesen Worten tippte Dr. Felter mit seinen Fingern auf das zwischen uns befindliche Gipsmodell. Mit was dieser prähistorische Charakterkopf hingegen nicht die geringsten Ähnlichkeiten aufweist, fuhr er fort, ist die von ihnen angesprochene, vor kurzem in Devonshire geborgene Moorleiche. Jedenfalls, sofern man den Schilderungen eines einfältigen Dorfpolizisten in einer Provinzzeitung Glauben schenken mag. Wenn ich mich recht erinnere, soll der dort gefundene Leichnam einen ausgesprochen kleinen Schädel, ein flaches Gesicht, sowie eine wenig entwickeltere Kinnpartie aufgewiesen haben. Allesamt anatomische Merkmale, die denen des Neandertalers und anderer Hominiden ganz und gar entgegengesetzt ist. Wenn der Tote aus Demonshire ein prähistorischer Mensch sein soll, so muss die Humanevolution einen Umweg über eine mir gänzlich unbekannte Spezies genommen haben, womöglich über die Marsbewohner. Über das Gesicht von Dr. Feltham geht ein kurzes, spöttisches Lächeln. Dann faltete er die Hände zusammen und fuhr zu mir herübergebeugt fort. Noch eine andere Sache. Die Leiche aus dem Dartmoor soll besagtem Zeitungsbericht zufolge Reste von Fleisch und sogar Kleidung aufgewiesen haben. Zwar sind Fälle mehrerer Jahrhunderte und in einzelnen Fällen vielleicht sogar mehrere tausend Jahre alter Moorleichen bekannt, die man buchstäblich mit Haut und Haaren fand. Doch müssen sie sich vergegenwärtigen, dass wir hier selbst gegenüber diesen ältesten Funden von einem circa hundertfachen Zeitraum sprechen. Dass anderes organisches Material als Knochen Jahrhunderttausende überdauert, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Kurzum, die anthropologische Untersuchung des dortigen Leichenfundes ist meiner Auffassung nach keinen mit dem Penny wert und die ganze Sache wohl höchstens von kriminologischem Interesse. Ich denke nicht, dass sich ein Wissenschaftler an der Untersuchung beteiligen sollte, es sei denn als Hilfestellung für die Polizei. Oder er wird sich zum Gespött der gesamten Zunft machen und die anthropologische Gesellschaft womöglich in Verruf bringen. Wir kamen nach diesen Ausführungen wieder näher auf die Arbeit von Dr. Feldheim zu sprechen. Im Zuge dieser Unterhaltung erzählte er mir, dass er in der vergangenen Woche einen Vortrag an einem wissenschaftlichen Kollek seiner Heimatstadt gehalten habe, just an jenem Datum, an dem sich der Einbruch auf der Polizeiwache von Combi Tracy ereignet hatte. Ich habe dieses Alibi Dr. Feldheims bislang noch nicht überprüfen können, habe aber diesbezüglich bereits eine Anfrage an die entsprechende Institution gesendet. Allerdings sehe ich keinen Anlass, Feldheims Angaben in Zweifel zu ziehen. Die Situation, in der wir uns begegneten, bot für Feldheim keinerlei Grund, mir die Unwahrheit zu erzählen. Zudem überzeugten mich seine Ausführungen auch logisch, denn auch wenn ich die von Dr. Feldheim beschriebene Faktenlage letztlich nicht zu beurteilen vermag, so würde doch eines deutlich. Der Doktor selbst ist offenbar fest davon überzeugt, dass die Leiche aus dem Dartmoor vollkommen uninteressant ist, zumindest aus wissenschaftlicher Hinsicht. So leid mir es tut, Dr. Mortimer, aber nach Ihrem Leichenschänder müssen wir wohl woanders suchen. Dr. Mortimer seufzte leise. Es war wohl ein wenig verstiegen von mir anzunehmen, ein gestandener Wissenschaftler könnte sich in einer Nacht- und Nebelaktion ins Datum aufmachen, um dort eine Moorleiche den Schädel zu zertrümmern. Und ein wenig Wunschdenken mag wohl ebenfalls im Spiel gewesen sein, zumal ich Feldheims wissenschaftliche Einschätzung sogar ein Stück weit Teile. Seine Einwände sind jedenfalls nicht völlig von der Hand zu weisen. Ganz überrascht bin ich ob ihrer Erkenntnisse also letztlich nicht, zumal es da noch etwas gibt, das uns wohl von Feldheims Spur abbringt. Ich habe heute Morgen einen Brief erhalten, der die ganze Angelegenheit in ein neues Licht rücken dürfte. Bei diesen Worten begann Dr. Mortimer an seiner Westentasche zu nesteln. Schließlich zog er mit Hilfe eines Taschentuchs ein mehrfach zusammengefaltetes Blatt Papier daraus hervor und reichte es Holmes. Wie Sie sehen, bemühe ich mich um Rücksicht auf Ihre Methoden. Machen Sie sich bezüglich eventueller Fingerabdrücke, aber bitte keine allzu großen Hoffnungen. Ich hatte den Brief bereits mehrfach angefasst und auch an meine Frau weitergereicht, bevor mir dessen Charakter als eventuelles Beweisstück zu Bewusstsein drang. Ihre Bemühungen sind dennoch äußerst lobenswert, kommentierte Holmes und streifte sich mit katzenartiger Eleganz ein paar Handschuhe über. Vielleicht finden wir trotzdem noch welche. Bei diesen Worten begab sich Holmes zu einem kleinen Rollschrank, der sich in der Ecke des Zimmers befand und holte ein tönernes Gefäß hervor, welches ein dunkles Pulver enthielt. Er streute etwas davon über den Brief und pustete es anschließend sachte über das Blatt. Anschließend betrachtete er schüttelte schüttelte er schließlich traurig den Kopf. Nein, da ist leider nichts zu machen. Das reinste Chaos. Leider tentieren die meisten Menschen dazu, Briefe an ähnlichen Stellen anzufassen, so dass es zu solch unschönen Häufungen von Abdrücken kommt. Was ist mit dem Umschlag? Ist leider nicht mehr vorhanden. Unser Mädchen hat ihn zum Einfeuern verwendet, bevor ich ihn retten konnte. Hm, zu schade wirklich. Dann können wir wohl auch nicht mehr nachvollziehen, wo der Brief abgesendet worden ist. Doch, ich erinnere mich daran, dass der Brief in Kombi Tracy abgestempelt war. Allerdings gibt es dort neben der Poststation auch einen zu jeder Zeit zugänglichen öffentlichen Briefkasten. Ich nehme an, dass der Schreiber diesen verwendet hat, um nicht gesehen zu werden. Hm, verstehe. Nun gut, dann wenden wir uns dem Inhalt zu. Holmes studierte das Blatt kurz und reichte es schließlich an mich weiter. Lassen Sie die Finger von den Toten, Sie gottloser Mensch, war darauf in Druckbuchstaben zu lesen. Das erste Wort sollte offensichtlich lassen bedeuten, war aber bloß mit einem S geschrieben. Interessant, bemerkte Holmes. Sie gottloser Mensch, ein treuer Kirchgänger oder vielleicht eine Kirchgängerin. Aufgrund der verwendeten Druckbuchstaben vermag ich es nicht genau zu sagen. Was das verwendete Material betrifft, so handelt es sich offenbar um gewöhnliche Schreibpapier, wie man es in annähernd jedem Haushalt zu finden dürfte. Das hilft uns kriminologisch betrachtet also nur wenig weiter. Auch die Tinte scheint eine ganz gewöhnliche zu sein. Holmes hob seinen Blick und sah Dr. Mortimer an. Haben Sie sich irgendwelche Feinde mit gotteslästerlichen Bemerkungen gemacht, Dr. Mortimer? Gott bewahre nein! Ganz im Gegenteil legt meine Frau großen Wert auf regelmäßige Kirchgänge. Ich selbst würde es damit wohl nicht so genau halten, aber wie Sie ja sicher wissen, fühlen sich manche fromme Menschen und Vertreter des Kirchenstandes gewissermaßen von der Wissenschaft selbst angegriffen. Sie vermögen mit einem schwindelerregenden Tempo ihrer Entdeckungen nicht mitzuhalten und fürchten um die Zertrümmerung guter alter Werte, letztlich natürlich vor allem um das Schwinden der Gottes Fürchtigkeit selbst. Für die historisch forschende Anthropologie gilt dies wohl im besonderen Maße. Stehen die Erkenntnisse Darwins doch der biblischen Lehre von der Weltentstehung fundamental entgegen? Die Vorstellung, dass zwischen dem Menschen aus christlicher Sicht die Krone der Schöpfung und dem Tier noch dazu einem so lächerlichen wie dem Affen eine enge Verwandtschaft bestehen soll. Diese Vorstellung beleidigt auch heute noch so manchen. Wohl war war so etwas in der Art dachte ich mir schon also dass es nichts Persönliches ist murmelte Holmes mehr zu sich selbst um sich dann unverwandt wieder an unseren Klienten zu wenden sagen Sagen Sie Dr. Mortimer was bewahren Sie eigentlich in Ihrer Scheune auf und wie bemerkten Sie dass dort eingebrochen worden war in meiner Scheune nun einige Gartengeräte natürlich und einen Teil meiner anthropologischen Sammlung fast nur Gipsabdrücke nichts wirklich wertvolles das eingebrochen war bemerkte ich daran dass die das Scheunentor verschließende eiserne Kette durchgezwickt worden war keine große Sache allerdings die Kette ist schon etwas angerostet um sie zu durchtrennen wird wohl eine einfache Beißzange oder ein Werkzeug ähnlicher Art ausgereicht haben ha interessant und wer genau alles kennt Ihre Sammlung oder zumindest Ihre Scheune meine Sammlung nun alle Menschen mit denen ich einen engeren Kontakt da wären zum einen meine Familie meine Angestellten sowie die Nachbarn Mr. Franklin und natürlich Sir Henry Baskerville und seine Frau und dann wäre da noch das junge Paar das letztes Frühjahr in das ehemalige Domizil des Tabletons zog verzeihen Sie dass ich es immer noch nicht bei diesem Namen nenne dann noch einige Freunde die mir aus London geblieben sind und die verwegen genug waren mich im Dartmoor besuchen zu kommen oh und einige Patienten die mich in der Praxis aufsuchten habe ich die Sammlung wohl ebenfalls gezeigt oder ihnen zumindest von ihr berichtet so so wirklich sehr interessant der Einbruch bei ihnen fand nicht zufällig in der Nacht vom ersten auf den zweiten Februar statt wiederum blickte Dr. Mortimer Holmes mit leichtem Erstaunen an doch ganz genau allerdings ist dabei wie gesagt weder etwas abhanden noch zu Schaden gekommen das das nichts zur Sache dr. Watson und ich sollten uns jedenfalls so rasch wie möglich zu ihnen nach dävernsche aufmachen vielleicht haben wir noch glück glück mit was mit dem wetter natürlich wie wir miss Hudson berichtete waren die woche meine abwesenheit von heftigen Regenfällen geprägt und zwar in der ganzen Region Südengland Am 2. Februar trat hingegen jene kalte und frostige Witterung ein die bis heute anhält Wenn wir Glück haben bleibt sie noch eine Weile bestehen Sie könnte die Fußspuren unseres Täters die dieser im aufgeweichten schlammigen Boden hinterlassen haben muss auf schönste konserviert haben Telegrafieren Sie bitte in jedem Fall an Ihre Frau dass die Umgebung der Scheune bis zu unserer Ankunft keinesfalls betreten werden sollte Das kann ich gerne tun Mr. Holmes erwiderte Dr. Mortimer Aber verraten Sie mir doch bitte weshalb Sie sich für die Sache so interessieren Nun ganz einfach Der Einbruch erfolgte in genau jener Nacht nach der der zweite Artikel zu unserer Angelegenheit im Devonshire Chronicle erschienen war jener Artikel also in dem offiziell bekannt gemacht wurde dass die Moorleiche einem Experten aus der Region überstellt werden sollte und genau eine Nacht vor dem Einbruch bei der Polizeiwache in Comby Tracy Es liegt also nahe dass es sich um denselben Täter handelt der die Moorleiche zunächst bei ihnen zu Hause vermutete Aus Platz und wohl auch aus Pietäts Gründen war kaum anzunehmen dass sie die Leiche im Hause aufbewahren würden wo also anders als in der Scheune wo sich ohnehin bereits ihre anthropologische Sammlung befindet Ich verstehe Nun das ist natürlich möglich Aus dieser Perspektive habe ich die Lage der Dinge noch nicht betrachtet Ich werde jedenfalls umgehend meine Frau telegrafieren Dass Sie und Mr. Watson unsere Gäste sein werden brauche ich wohl nicht eigens erwähnen Dann auf unser recht rasches Wiedersehen auf dem Lande Haben Sie tausend Dank Mr. Holmes Dr. Mortimer hatte sich beim Sprechen bereits Schal und Mantel übergeworfen und grüßte nun mit einer Hand am Hut zum Abschied Es sollte sich als nicht ganz einfach für mich erweisen meine Arbeit so plötzlich und unerwartet fern zu bleiben Schließlich fand ich aber doch einen Kollegen der meine Patientenschaft für eine gewisse Zeit zu übernehmen gewillt war Auch Mary war zunächst nicht übermäßig begeistert über meine Reise Pläne Meine Schilderung des Abenteuers das Holmes und ich zusammen im Dartmoor erlebt hatten die Jagd nach dem Hund von Baskerville vermochte sie jedoch davon zu überzeugen dass meine persönliche Anwesenheit dort unter allen Umständen erforderlich war So fand ich mich noch gleich am nächsten Tag am Bahnhof von Paddington ein wo Holmes mich bereits erwartete um dort den späten Vormittagszug Richtung Levenshire zu nehmen wir fuhren bis zur Endstation einem kleinen verloren wirkenden Provinzbahnhof in leicht hügeliger hügeliger Weidelandschaft von hier aus ging die Reise per Pferdewagen weiter den uns Dr. Mortimer freundlicherweise hatte schicken lassen schon bald trat das Moor mit seiner unendlichen Weite in unser Blickfeld allerdings erschien es mir diesmal ganz anders als bei unserem ersten Besuch seine Ödnis kontrastierte mit der winterlichen Umgebung weit weniger stark als mit den saftigen grünen Sommerwiesen von damals zudem hatte die kalte Witterung die schwarzbraunen Moortümpel deren Wasser mir damals so trüb und undurchdringlich erschienen war mit einem bläulich glitzernden Eisschicht überzogen während ich mich an der klaren winterlichen Witterung freute warf Holmes immer wieder skeptische Blicke gen Himmel Die Landschaft ist hier viel ungeschützter der Sonne ausgesetzt als im Londoner Häusergebirge hoffentlich hat sie nicht längst alle Spuren zerschmolzen bemerkte er irgendwann um dann für den Rest des Weges wieder in Schweigen zu verfallen Lautes und anhaltendes Hundegebell kündigte uns schließlich an dass wir unser Ziel erreicht hatten Dr. Mortimer seine Frau und seine Tochter ein etwa vierjähriges ausgesprochen ernst blickendes Mädchen empfingen uns gemeinsam vor der Einfahrt des Hauses Das Mädchen hielt einen schwarzen Dobermann am Halsband wofür sie offensichtlich ihre gesamte Kraft aufwenden musste der Hund reichte ihr beinahe bis zur Schulterpartie Dr. Mortimer lief sogleich auf den zum Halten gekommenen Wagen zu um uns zu begrüßen Mr. Holmes Dr. Watson ich freue mich sehr Sie wohlbehalten zu empfangen Sie müssen von der Fahrt entsetzlich durchgefroren sein Kommen Sie nur schnell herein in die gute Stube und wärmen Sie sich ein wenig am Kamin auf Ich für meinen Teil kam Dr. Mortimers Aufforderung freudig nach Holmes hingegen legte seinen Mantel gar nicht erst ab sondern begab sich durch die Hintertür direkt in den Garten genauer gesagt zu dort befindlichen Scheune gleich darauf hörte ich auch schon einen von draußen gedämpft hereindringenden Freudenschrei Dr. Mortimer und ich blickten aus dem Fenster wo wir Holmes gestikulieren sahen offenbar bedeutete er uns zu ihm hinaus zu kommen da ist wohl nichts zu machen das Aufwärmen muss warten wandte ich mich seufzend an meinen Gastgeber bevor wir uns gemeinsam wieder Schal und Mantel überwarfen und in den Garten begaben Wir haben Glück meine Herren unwahrscheinliches Glück sogar erklärte Holmes und teutete auf eine Folge steif gefrorener Fußabdrücke die aus der Richtung des Zauns zu Scheune führten Wie viele Angestellte arbeiten bei Ihnen im Haus Dr. Mortimer Nur zwei Mr. Peterson der sie zu uns chauffiert hat sowie Miss Mitchell Sie müssten sie eben beim Hereinkommen gesehen haben Ausgezeichnet rief Holmes aus und rieb sich in freudiger Erregung die Hände Das bedeutet dass wir es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit den Fußspuren des Täters zu tun haben Ohnehin hätte ich es als äußerst unwahrscheinlich erachtet dass sich einer ihrer Angestellten der Scheune aus dieser Richtung genähert hätte Holmes deutete auf den Zaun der nicht besonders hoch und an einigen Stellen schadhaft war sodass er für den Einbrecher kein besonderes Hindernis dargestellt haben dürfte Davon abgesehen kommen ihr Dienstmädchen und Mr. Peterson aber auch aus einem anderen Grund nicht als Verursacher dieser Abdrücke in Frage Mr. Petersons Füße sind zu groß ebenso wie ihre eigenen Miss Mitchells Füße hingegen viel zu klein ebenso wie die ihrer Frau Die hiesigen Abdrücke dürften entweder von einem zierlichen Mann oder einer großen kräftigen Frau stammen und noch etwas sehen sie hier Holmes deutete auf einen der Abdrücke der sich nur halb auf dem Boden abgebildet zu haben schien nur der vordere Teil Teil eines Schuhs war zu erkennen ein genauerer Blick auf die Spuren machte deutlich dass etwa die Hälfte von ihnen von dieser Art war was schließen sie daraus meine Herren wandte sich Holmes an mich und Dr. Mortimer letzterer zögerte nicht lange mit einer Antwort etwa die Hälfte aller Spuren sind nur halbe Abdrücke und weniger tief und zwar stets jene die sich auf der linken Seite befinden das Muster der Spuren ist außerdem recht unregelmäßig was auf einen ebensolchen Gang der entsprechenden Person verweist als Mediziner möchte ich meinen das lässt nur einen Schluss zu die Person hinkte und belastete in der Folge ihre beiden Füße nicht in gleichem Maße ausgezeichnet rief Holmes aus An Ihnen ist wirklich ein Kriminologe verloren gegangen schon bei unserer letzten Begegnung dachte ich mir dies Bei diesen Worten erinnerte ich mich daran wie Dr. Mortimer Holmes in unserem ersten Fall von seinen deduktiven Fähigkeiten überzeugt hatte Er hatte uns damals berichtet dass sein verstorbener Patient Sir Charles Baskerville kurz vor seinem Tod eine Zeit lang an einer bestimmten Stelle seines Anwesens gestanden hatte augenscheinlich auf etwas oder jemanden wartend dies hatte Dr. Mortimer aus einem Zigarettenstummel erschlossen den er an nämlicher Stelle gefunden hatte was sowohl für seine ausgezeichnete Beobachtungsgabe sprach als auch für seinen glasklaren analytischen Verstand Homes war mittlerweile auf das Scheunentor zugeschritten um die sich dort befindliche durchtrennte Kette zu begutachten Dr. Mortimer hatte sie zwar ersetzen lassen die Reste der alten jedoch nicht entfernt Ja es scheint wohl eine Zange verwendet worden zu sein die unregelmäßigen Bruchstellen sprechen ganz eindeutig dafür eine Säge wäre für die ganze Angelegenheit auch unangemessen umständlich gewesen Nun aber hinein meinte Holmes plötzlich sich dabei mit raschen Bewegungen die Oberarme reibend Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren Bitte überlegen Sie doch einmal bis zum Essen wer von Ihren Bekannten und Patienten alles von ihrer Sammlung wusste und wer von ihnen möglicherweise ein Beinleiden aufweist Daraufhin begaben wir uns endlich zurück ins Haus wo uns bei unserem Eintreten bereits ein vielversprechender Duft nach Stew in die Nase stieg Wir speisten nur zu dritt da Mrs. Mortimer und die kleine Elizabeth ihr Abendessen bereits zu sich genommen hatten die die ersten Minuten umgehend von umgehend von seinem Teller auf dr. mortimer zögerte bevor er etwas zerstreut in die luft starrend fortfuhr eigentlich glaube ich nicht dass er der Täter ist allerdings alles scheint auf merkwürdige weise zusammen zu stimmen Rev. Scott ist wegen eines Hüftleidens bei mir in Behandlung infolgedessen er das linke Bein nachzieht trotz dieser körperlichen Einschränkung hat er mich bereits mehrere Male zu Hause aufgesucht er ist der festen Überzeugung dass ein ordentliches Maß an Bewegung seinen Zustand verbessern kann ganz im Gegensatz zu mir übrigens mein ärztlicher Ratschlag lautete stets auf Schonung aber der Reverend gehört zu jener Sorte Mensch die von einer einmal gefassten Meinung nur äußerst schwer abzubringen sind in dieser Eigenschaft Jacob Scotts wurzelt auch unser andauernder Disput wenn man ihn den so nennen mag Scott ist einer jener Christen die glauben dass die darwinsche Theorie der Evolution nicht nur falsch ist sondern überdies geeignet die moralische Verfasstheit der Bevölkerung auf Schlimmste zu ersetzen immer wieder zu vermitteln versucht dass die Wissenschaft nichts weiter tue als streng unbeteiligt zu beobachten und logisch zu schließen während die Moral anderswo herzunehmen sei aber vergeblich obwohl ich den Reverend für durchaus keinen dummen Mann halte kamen wir in diesem Punkt niemals überein zumal er ein äußerst begabter Theoretiker ist und seine Positionen stets mit allem Nachdruck zu verteidigen weiß Jedoch kann ich mir wie ich an dieser Stelle unbedingt anfügen möchte Scott weder als Einbrecher in meine Scheune noch als Verfasser besagten Briefes denken Gegen Letztere spricht auch dass Reverend ein durchaus gebildeter Mann ist und mit Sicherheit keine Schwäche in Orthographie hat Außerdem halte ich ihn alles in allem doch für einen anständigen Menschen bei aller Uneinigkeit die in weltanschaulichen Dingen zwischen uns herrscht Nun was die Sache mit dem Brief betrifft so wäre der Reverend nicht der Erste der sich zu Tarnungszwecken dümmer stellt als er ist nur das Umgekehrte erweist sich gewöhnlich als schwierig bemerkte Holmes trocken aber bitte nennen sie mir auch alle anderen Personen die von ihrer Sammlung oder selbst auch nur von ihrer Scheune wussten wirklich ausnahmslos alle wie sie ja eben selbst bemerkten zeichnet sich der erfolgreich forschende durch strenge Unvoreingenommenheit in jedweder Hinsicht aus an diesen Grundsatz müssen wir uns auch bei unseren Ermittlungen halten dr. Mortimer überlegte eine Weile bevor er Holmes Aufforderung nachkam Mr. Franklin so wie Henry Baskerville und seine Frau sind natürlich über jeden Verdacht erhaben alle drei kenne ich seit Jahren der alte Franklin mag ein nervenaufreibender Rechthaber und Hitzkopf sein sie erinnern sich ja sicherlich an ihn aber bestimmt kein Feind der Wissenschaft oder gar meiner Person von dem jungen Paar das vor einigen Monaten ins ehemalige Domizil des Tabletons gezogen ist habe ich ihnen ja bereits in London erzählt zwar kenne ich die beiden noch nicht sehr lange doch halte ich ihre Täterschaft ebenfalls für ausgeschlossen Mr. Whistler ist Selbstforscher Geologe und auch einzig aus diesem Grund in diese Einöde hier gezogen aber dem soeben von ihnen geschilderten Grundsatz gemäß nenne ich sie ihnen natürlich trotzdem Dann gibt es wie gesagt noch einige Patienten die mich bereits in meinen vier Wänden aufgesucht haben und denen ich meine Sammlung wohl gezeigt habe Etwa ein gewisser Mr. Todd den ich wenn ich mich recht erinnere wegen chronischer gastritischer Beschwerden behandle außerdem eine gewisse Mrs. Russell an Rheumatismus und einer Lebererkrankung leidend sowie zwei Tuberkulose Patienten die allerdings inzwischen bettlägerig sind und daher als mögliche Täter ausfallen dürften ich kann ihnen eine Liste mit den Adressen der entsprechenden Personen zusammenstellen Das wäre sehr freundlich Ich würde allerdings in jedem Fall vorschlagen dass wir unsere Untersuchungen mit der Befragung von Reverend Scott beginnen Zum einen weil er die heißeste Spur zu sein scheint zum anderen weil sich der Gottesdienst übermorgen Hilfe mir als anbieten würde Morgen würde ich gerne unseren eigentlichen Tatort begutachten sprich die Polizeiwache von Combi Tracy Beim Gedanken mit Holmes gemeinsam einen Gottesdienst zu besuchen musste ich unwillkürlich lächeln Die Bekanntschaft mit dem großen Detektiv hatte mich in alle möglichen und unmöglichen Orte geführt von Opiumhöhlen über die Londoner Abwasserkanäle bis hin zu steinzeitlichen Felshütten im Moor aber noch niemals in eine Kirche und offengestanden gab es keinen Ort auf dieser Welt an dem ich mir Sherlock Holmes weniger gut vorstellen konnte Vor unserem gemeinsamen Messebesuch stand allerdings noch die Besichtigung der Polizeiwache in Combi Tracy an Wie sich dort zeigte hatte der Täter dem Leichnam wirklich einigermaßen zugesetzt Eine Rekonstruktion des Schädels würde Monate dauern falls sie überhaupt möglich war Es wurde allerdings deutlich dass der Leichnam offenbar nur gegen die steinerne Wand gedrückt und wohl nicht mit einem eigens mitgebrachten Gegenstand traktiert worden war Was möglicherweise darauf verwies dass der Täter die Tat so nicht geplant hatte Holmes suchte auch die gesamte Umgebung nach Fußspuren ab allerdings ohne Erfolg Alles um die Polizeiwache herum erwies sich als gepflastert Was das Fenster betraf durch welche der Täter mutmaßlich in das Gebäude eingedrungen war so war es mittlerweile geputzt worden und es fanden sich keine Spuren mehr daran Als ich mich am nächsten Morgen in Dr. Mortimer Salon begab erwarteten mich Holmes und der Mortim Scher Hausstand bereits in festlicher Sonntagskleidung Offenbar hatten sie alle ihr Frühstück bereits eingenommen Beeilen sie sich Watson bis nach Kombi Tracy ist es selbst mit dem Wagen gute zwanzig Minuten wir wollen den Reverend doch nicht durch Unpünktlichkeit verärgern Einmal mehr musste ich über Holmes und seine augenscheinliche plötzliche Wandlung zum Frömmers schmunzeln Aber ich kam seiner Aufforderung nach und gab mich mit entsprechend einer äußerst dürftigen Portion Porridge zufrieden Wir erreichten Kombi Tracy noch durchaus rechtzeitig vor Beginn der Messe Dennoch war die Dorfkirche bereits so übervoll von Menschen dass wir uns mit Stehplätzen begnügen mussten Endlich betrat der Reverend den Chor Ich sah wie Holmes sogleich einen Blick auf dessen Füße zu erhaschen suchte die unter dessen priesterlich im Gewand allerdings nur schwer zu erkennen waren Seine zierliche Gestalt legte jedoch nahe dass diese nicht allzu groß sein konnten Auch machte sich in den Bewegungen des Reverend dessen von Dr. Mortimer erwähnte leichte Gehschwäche bemerkbar Als der Reverend zu sprechen begann kamen mir sogleich wieder die gestrigen Worte Dr. Mortimers in den Sinn der Jacob Scott als einen äußerst willenstarken Charakter mit kraftvollem Temperament und einer ausgeprägten rednerischen Begabung gezeichnet hatte Unser Gastgeber hatte keineswegs übertrieben Tatsächlich schien die Kirche angesichts der Leidenschaftlichkeit von Reverend Jacobs Scotts Predigt förmlich zu beben Der Gottesdienst war eben zu Ende da bahnte sich Holmes auch schon einen Weg durch die Menschenmenge zum Reverend Reverend ich danke Ihnen vielmals für Ihre Predigt Wunderbar wirklich ausgezeichnet Gestatten Sie mir dass ich mich Ihnen vorstelle Mein Name ist Owen Campbell Ich bin gerade zu Besuch bei meinem alten Freund James Mortimer Der Reverend musterte Holmes mit einem leicht skeptischen Blick Sind Sie ebenfalls Arzt? Oh nein keineswegs Ich bin von Haus aus Philosoph mittlerweile aber schon seit längerem Privatier Ich widme mich seither dem Geistes Leben wobei mir die Aussöhnung von Religion und Wissenschaft ein besonderes Anliegen ist Hierzu organisiere ich derzeit auch eine Vortragsreihe in London Der Blick des Reverends war bei diesen Worten eher noch skeptischer geworden Ich bin nicht in so mancherler Hinsicht kein Freund der modernen Wissenschaften Mit ihrer wahllosen Zergliederungswut zersetzt sie letztlich die menschliche Seele selbst Gott hat den Menschen als eine Ganzheit geschaffen Oh ich denke sie haben ganz recht beeilte sich Holmes zu erwidern Ich teile ihre Auffassung vollkommen dass unsere moderne Weltsicht und Lebensart uns vor große Herausforderungen stellt insbesondere in moralischer Hinsicht Gerade deshalb würde ich denken wäre ihre kraftvolle Stimme ja so ein ungemein wertvoller Beitrag zu der von mir geplanten Veranstaltung Ich würde unsere Konversation jedenfalls ungemein gerne fortführen Der Reverend zögerte Ein so redebegabter Mensch musste aber doch von einem gewissen Sendungsbewusstsein getrieben sein und tatsächlich streckte er Holmes plötzlich seine Hand entgegen Einverstanden Morgen bin ich den Tag über mit einer Beerdigung befasst aber danach wird es wohl möglich sein Sie finden mein Haus direkt neben der Kirche Holmes schüttelte die Hand des Reverend lang und kräftig wobei er unaufhörlich lächelte bis sich letzterer mit einem Hinweis auf seine täglichen Pflichten empfahl Als der Reverend außer Sicht weiter war stieß mich Holmes gut gelaunt in die Seite Ausgezeichnet Die Zeit bis Morgen Abend können wir für eine Überprüfung der restlichen Kandidaten verwenden Haben Sie die Liste Watson Ich befühlte meine Brusttasche Ja habe ich Vielleicht erwischen wir ja sogar den einen oder anderen noch hier bei der Kirche Die Chancen hierfür stehen wohl nicht schlecht Was was hingegen Mrs. Russell betrifft so brauchen sie sich keine großen Hoffnungen zu machen mischte sich nun Mrs. Mortimer ins Gespräch Sie ist seit Jahren in keinem Gottesdienst gesehen worden Sie ist eine Außenseiterin und gibt wohl nicht viel auf die Meinung der Leute Für Wissenschaft interessiert sie sich übrigens ebenso wenig wie für die Religion Aus diesem Grund halte ich es übrigens auch für unwahrscheinlich dass sie unsere Täterin ist schön und gut unserem grundsatz gemäß möchte ich sie aber trotzdem aufsuchen kommen sie Watson vielleicht haben wir Glück und finden zumindest noch Mr. Todd Dr. Mortimer und seine Frau halfen uns noch ein wenig um zu sehen während sich Miss Mitchell und Mr. Peterson mit der kleinen Elizabeth schon einmal zum Wagen begaben unsere Suche sollte allerdings vergeblich bleiben die Menschenmenge vor der Kirche hatte sich mittlerweile weitgehend zerstreut so machten Holmes und ich uns also auf Mr. Todd und Mrs. Russell zu Hause aufzusuchen als erstes begaben wir uns zu Mr. Todd da dessen Domizil näher am Dorfzentrum und damit bei der Kirche lag kaum hatte uns Mr. Todd die Tür geöffnet wurde ich Zeuge einer erneuten wundersamen Wandlung Holmes der sich diesmal offenbar dazu entschlossen hatte als Missionar der amerikanischen Mormonen Sekte aufzutreten mit einem breiten Lächeln und noch breiterem Südstaaten Akzent gelang es Holmes schließlich ein Stück weit Todd in ein Gespräch über religiöse Themen zu verwickeln Todts diesbezügliches Interesse erwies sich allerdings als begrenzt verzeihen sie mein herr aber von den dingen von denen sie hier sprechen verstehe ich nur wenig ich bin ein einfacher man ich gehe jeden sonntag zur kirche ich denke doch damit für mein seelenheil genug genug getan zu haben Holmes verbeugte sich dann möchte ich ihre wertvolle zeit nicht weiter in anspruch nehmen haben sie noch einen wundervollen tag mein herr gott sei mit ihnen guten tag die herren erwiderte tot nickte uns zu und verschwand ins haus also wirklich Holmes platzte es sogleich aus mir heraus erst reicher gönner und nun prediger der mormonen warum ausgerechnet diese amerikanische sekte hätten wir nicht einmal einen mormonischen klienten gehabt wäre sie mir ganz und gar unbekannt das ist ja das gute daran erwiderte Holmes lächelnd das macht die leute aufgeschlossener so erfährt man wohl am ehesten wie sie zu religiösen dingen stehen und ob sie einem gewissen fanatismus gegenüber aufgeschlossen sind unser guter mr todd scheint mir in dieser hinsicht eher ein harter brocken zu sein sagen sie betreiben die mormonen überhaupt mission ich glaube nicht aber früher oder später werden sie wohl damit anfangen mir wäre jedenfalls keine christliche gruppierung bekannt die auf lange sicht darauf verzichtet hätte jedenfalls aber gelten die mormonen als ausgesprochen gut angezogen und zumindest für amerikanische verhältnisse bei diesen worten strich sich holmes liebevoll über seine cremefarbene weste die so tadellos saß als sei sie ihm soeben auf den leib geschneidert worden auch bei mrs russells versuchten wir es auf diese tour ihr haus befand sich ein gutes stück außerhalb des dorfkerns in richtung des domizils der mortimers allerdings sollte sich mrs russell als noch unaufgeschlossener gegenüber unserer religiösen sendung erweisen als mr todd als holmes sich ihr vorstellte verschloss sie uns sogleich die tür vor der nase begleitet von den worten mit dem pfaffentum habe ich nix am hut vielleicht lag ihr abwesendes verhalten aber auch darin begründet dass sie ihre offensichtliche trunkenheit vor uns zu verbergen suchte wir sahen mrs russell jedenfalls gerade lange genug um einen kurzen blick auf ihre füße werfen zu können die immerhin das wohl ungefähr die rechte größe gehabt hätten um die spuren im garten zu hinterlassen dies war allerdings auch bei mr todd der fall gewesen andererseits schienen beide befragte einen regelmäßigen und gesunden gang aufzuweisen holmes bestand darauf dies allein aus ihren sich der tür nähenden und schließlich wieder davon entfernten schritten hören zu können und ich für meinen teil kannte den großen detektiv lange genug um ihm aufs wort zu glauben alles in allem waren wir über unseren mäßigen untersuchungserfolg nicht allzu enttäuscht schließlich betrachteten wir während unsere eigentliche hoffnung auf dem gespräch mit dem reverend ruhte weil unsere befragungen schneller vonstatten gegangen waren als erwartet fanden wir uns deutlich früher als mit peterson verabredet wieder an der dorfkirche ein wir beschlossen daher die gelegenheit für einen spaziergang zu nutzen als wir eine gute stunde später zurückkehrten erwartete uns peterson bereits mit dem wagen die fahrt verlief weitgehend schweigend bis und schließlich einige hundert meter vor mortimers haus das mittlerweile bereits vertraut wirkende hundegebell entgegenschallte beim essen teilte uns dr mortimer mit dass er für den folgenden abend die whistlers eingeladen habe ich weiß ja dass sie sie gern treffen möchten nicht zuletzt aufgrund ihrer ermittlerischen prinzipien leider bin ich heute morgen nicht geistesgegenwärtig genug gewesen sie darauf hinzuweisen so dass sie ihr treffen mit dem reverend auf einen anderen zeitpunkt hätten verlegen können oh das macht gar nichts erwiderte holmes unbekümmert ganz im gegenteil sparen wir uns auf diese weise wertvolle zeit watson wird hier bleiben während ich den reverend aufsuche mit solcher arbeitsteilung haben wir bereits erfahrung ohnehin hätte ich mir noch einen guten grund ausdenken müssen watson zum reverend mit zu nehmen ich war ob dieser planänderung natürlich etwas enttäuscht denn ich hatte dem gespräch mit dem reverend schon mit gespannter erwartung entgegen geblickt andererseits war ich aber auch neugierig darauf die whistlers kennen zu lernen denn ich konnte mir einfach nicht denken was ein junges paar in die einsamkeit und einöde des dartmoors trieb wenn nicht familiäre beziehungen wie im falle dr mortimers und sir henry baskervilles das haus der whistlers war das mit abstand isolierteste der ganzen gegend lediglich unwegsame moorwege führten zu ihm die man wollte man nicht gefahrlaufen im moor zu versinken genauestens kennen musste mr whistler musste wirklich für die wissenschaft brennen wenn er dafür das opfer eines solchen lebens in kauf zu nehmen bereit war und mrs whistler für ihren man meine vermutung sollte sich als weitgehend zutreffend herausstellen tatsächlich erwies sich mr whistler als ein junger mann mit ausgesprochener hingabe für sein fachgebiet da ihm seine frau diesbezüglich um nichts nachstand verlief der abend weitgehend mit gesprächen über lokale gravitations anomalien die erdgeschichtlichen ereignisse des karbon zeitalters sowie die besonderen eigenschaften von granit gestein von dem sich im dartmoor die größte konzentration ganz groß britanniens befand wie ich bei jener gelegenheit erfuhr während des gesprächs suchte ich immer wieder einen unauffälligen blick auf die füße der wistlers zu werfen auch wenn ich mir dabei ziemlich lächerlich vorkam ich kam zu dem schluss dass sie nicht wirklich zu den spuren im garten passen konnten vielleicht war ich aber auch voreingenommen gegenüber diesen überaus sympathischen jungen leuten die mit unserem klienten in so enger freundschaftlicher beziehung zu stehen schienen letztlich hoffte ich wohl auch einfach darauf dass holmes besuch beim reverend endgültige ergebnisse zeitigen und sich eine weitere suche nach verdächtigen so erübrigen würde leider sollte dem nicht so sein wie sich noch am selben abend herausstellen würde es war bereits weit nach mitternacht als holmes von seinem besuch zurückkehrte dr mortimer hatte holmes wie immer angeboten einen wagen zu schicken doch mein freund hatte diesmal darauf bestanden den rückweg zu fuß zu nehmen als er schließlich eintrat waren seine wangen vor kälte gerötet und seine kleidung mit kleinen eiskristallen bedeckt holmes da sind sie ja endlich wir waren schon etwas in sorge haben wir unseren man holmes lächelte ja und nein wir haben wohl eine frau aber sie ist nur zu teilen die gesuchte lassen sie mich erst ein wenig die hände am kamin wärmen meine unterredung mit dem reverend verlief etwas anders als geplant kaum bei ihm angekommen kam ich gleich zur sache und eröffnete mit einigen provokanten behauptungen eine konversation über das verhältnis von religion und wissenschaft mein ziel war es den reverend aus der reserve zu locken was mir wohl auch gelang ich lenkte das gespräch dann allmählich auf den moorleichen fund was sich als nicht allzu schwierig erwies als gast im hause mortimer war es schließlich beinahe natürlich für mich auf die sache zu sprechen zu kommen mit den jetzt folgenden entgegnungen des reverends hatte ich allerdings so nicht ganz gerechnet dabei hätte man wohl ausreichend bibelfest sein können ja müssen um sie vorauszusehen sehen sie mr campbell wandte sich reverend brown an mich die ganze causa zeigt den schändlichen und verderblichen charakter der wissenschaft doch aufs beste statt die polizei ihre arbeit machen zu lassen und dem verstorbenen anschließend ein würdevolles begräbnis zu gestatten möchte man den körper dieses armen menschen nur noch weiter schinden und zerstückeln und am Ende wohl in einem museum den neugierigen und obszönen blicken fremder feil bieten den profit denkt man dabei gleich mit denn was ließ er sich mit dem ganzen spektakel verdienen wenn es nur mehr menschen in diese ein öde zu locken vermag für all dies zögert man nicht die größte sünde zu begehen die zerteilung eines menschlichen körpers dass die polizei dies gelegentlich tun muss um der gerechtigkeit genüge zu tun ist schlimm genug doch setzt man die körper dann zumindest wieder zusammen die wissenschaft hingegen hat keine skrupel sie in ihrem zerstückelten zustand zu belassen denn an die göttliche auferstehung glaubt man in diesen kreisen wohl schon längst nicht mehr auch wenn man sich rein äußerlich noch so geben mag die evangelien prägen aber die auferstehung des leibes diese worte gaben mir zu denken wenn der reverend die leichen zerteilung als so große sünde betrachtete wie er vorgab so würde er kaum einende schädel zertrümmert haben ich beschloss dennoch nun ganz beiläufig auf den brief zu sprechen zu kommen mich interessierte seine reaktion die haushälterin des reverends kam gerade mit einer kanne tee herein als ich zu sprechen begann das ist ja wirklich hoch interessant was sie da sagen reverend wussten sie dass dr mortimer einen brief erhalten hat der ihn zu eben jenem aufforderte die toten in frieden zu lassen als gottloser mensch hat man ihn darin gar beschimpft offenbar tragen ihre predigten früchte ich sah dem reverend scharf ins gesicht doch seine züge ließen keinerlei anzeichen von nervosität erkennen ach tatsächlich erwiderte er bloß und schien ehrlich überrascht da hörten wir hinter uns plötzlich ein lautes scheppern miss white die haushälterin von reverend brown war offenbar das tablett mit dem teegeschirr aus der hand gerutscht ich sprang auf um ihr zu hilfe zu eilen nicht doch sir bitte es ist nichts meine eigene dummheit das schöne geschirr ich bin wirklich ein unverbesserlicher tollpatsch bitte verzeihen sie mir reverend ich sah dass miss white puderrot angelaufen war ihre hände zitterten ich dachte zunächst dass dies wohl die reaktion auf ihr kleines missgeschick sein musste als es plötzlich aus ihr heraus brach sir wandte sie sich an mich ich war es die diesen brief geschrieben hat bitte geben sie nicht dem reverend die schuld oder sonst irgendwem ich übernehme die volle verantwortung verblüfft sah ich miss white an die hast ich fortfuhr ich habe dr mortimer nicht wirklich beleidigen wollen ich weiß ja dass er ein guter arzt ist vielmehr handelte ich ein wenig im affekt als ich von der sache mit der moorleiche las mag es sich auch um einen lange verstorbenen handeln wie in der Zeitung geschrieben worden ist sich auch um jemanden handeln der zu lebzeiten anders ausgesehen hat als sie oder ich so handelte es sich wohl doch einmal um ein menschliches wesen das gott auf eben diese weise geschaffen hat und das daher ein ordentliches begräbnis und die ewige totenruhe verdient wie jeder andere mensch ihn auszustellen und einem affen zu vergleichen ist nicht recht während miss white noch mit zitternder stimme erzählte versuchte ich einen blick auf ihre füße zu werfen selbstredend wollte ich überprüfen ob es sich bei ihr auch um die einbrecherin handeln könnte doch fehlanzeige ihre ihre füße waren im vergleich zu den spuren in ihrem garten zu klein vor allem aber viel zu schmal natürlich hätte sie theoretisch ein unpassendes paar schuhe verwenden können um sich auf diese weise zu tarnen selbst ein hinken ließ er sich im prinzip natürlich vortäuschen doch schien mir miss white von ehe schlichter gemüts art zu sein so dass ich es ihr unter keinen umständen zutraute auf derartige ideen zu verfallen so kommt es also dass wir nun zwar die person kennen die ihnen jenen unfreundlichen brief geschickt hat aber noch immer nicht wissen wer die leiche aus dem dartmoor das gesicht zertrümmert hat holmes lehnte sich in seinem sessel zurück um sich eine pfeife zu entzünden hm das ist ja wirklich ausgesprochen bedauerlich bemerkte ich zumal wir jetzt gewissermaßen wieder an den anfang zurückgeworfen sind wenn die verfasserin des briefes den einbruch nicht begangen hat was wissen wir dann überhaupt noch über ein mögliches motiv nichts gewisses vielleicht brauchen wir das aber auch gar nicht auf meinem langen nach hause weg habe ich ein wenig darüber nachgedacht welche Rolle die presse in dieser angelegenheit bislang eingenommen hat sie scheint bereits für so viel schaden verantwortlich zu sein vielleicht kann sie uns jetzt dabei helfen einen teil davon wieder gut zu machen zwei tage später warteten dr mortimer holmes und ich gespannt darauf dass miss mitchell von ihren einkäufen aus kombi tracy zurückkehren würde endlich hörten wir ihre schritte in der ein fahrt und haben sie sie bekommen empfing holmes sie ungeduldig sicher erwiderte miss mitchell und legte eine druckfrische ausgabe des damanscher chronicles auf den tisch holmes durchblätterte die zeitung rasch mit seinen nervösen fingern bei einem der artikel hielt er inne und ein zufriedenes lächeln breitete sich über sein gesicht aus er begann mit lauter stimme vorzulesen erfreuliche neuigkeiten im moorleichenfall in der angelegenheit des moorleichenfundes bei kombi tracy gibt es endlich erfreuliche neuigkeiten zwar ist immer noch unbekannt wer für den brutalen akt verantwortlich zeichnet durch welchen der schädel des leichnams in der nacht von 2. auf den 3. februar zerstört worden ist doch hat der für weitergehende untersuchung zuständige experte dr james mortimer die leiche inzwischen sichten können hierbei 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 gelangte dr mortimer zu dem höchst erfreulichen schluss dass der zerstörte schädel wohl vollkommen wiederhergestellt werden könne der leichnam soll noch an diesem vormittag an dr mortimer überstellt werden so dass mit der rekonstruktion möglichst rasch begonnen werden kann sehr schön konstatierte holmes nun brauchen wir nur noch abzuwarten ob die maus in die falle läuft der tag verstrich zäh als es gegen halb sechs endlich zu dämmern begann versammelten sich holmes ich sowie der gesamte erwachsene hausstand der mortimers im kaminzimmer dessen fenster gegen garten und scheune wiesen selbst sam hatte man ins haus geholt damit er unseren delinquenten nicht durch sein gebell in die flucht schlagen würde bis auf das kaminfeuer war das haus vollkommen dunkel es sollte der anschein erweckt werden man sei ausgeflogen oder früh zu bett gegangen unentwegt beobachteten wir den zum garten führenden kleinen moorweg doch eine mir beinahe unendlich scheinete zeitlang geschah dort überhaupt nichts doch da endlich lag dort nicht ein schwacher lichtschein auf dem moor und schiene nicht allmählich deutlicher zu werden tatsächlich schien sich jemand dem garten zu nähern der lichtschein der von einer öllampe herrühren mochte war nun eindeutig auf dem grundstück und näherte sich allmählich der scheune auf ein zeichen von holmes stürzten sich mein alter freund ich und dr mortimer nach draußen sam rannte uns mit lautem gebell hinterher wer da rief dr mortimer wer auch immer sie sind bleiben sie stehen holmes hatte im laufen eine öllampe entzündet und hielt sie hoch in die luft so dass wir unseren eindringen nun endlich ins gesicht blicken konnten mrs russell rief dr mortimer aus was in aller welt machen sie hier mrs russell hielt die hände nach oben obwohl keiner von uns eine waffe trug bitte nehmen sie den hund weg ich habe panische angst vor hunden ihre stimme zitterte ich werde ihnen alles erklären dr mortimer und ich führten mrs russell ins haus wo sie um einen brandy verlangte dr mortimer der wohl wusste dass seine patientin der alkoholsucht verfallen war gewährte ihn ihr die zunge auf diese weise gelockert begann sie schließlich zu sprechen alles begann vor beinahe zwanzig jahren ich hatte damals eine tochter alles nicht wahr warf holmes zu unser aller erstaunen ein auch mrs russell warf meinem freund einen irritierten blick zu ja Alice erwiderte sie tonlos und eher wie zu sich selbst Alice war kein normales kind wissen sie nicht nur dass sie anders aussah als ihre kameraden auch war sie ein äußerst schwieriges mädchen wirklich über die maßen schwierig oft schrie sie nächtelang obwohl sie bereits im backfisch alter war sie war jähzornig und unberechenbar ich hatte zu dieser zeit noch ein anderes kind müssen sie wissen emma war noch klein sehr klein und in wutanfällen ihre schwester doch so manches mal schutzlos ausgeliefert ich musste ihr arbeiten einmal kam ich nach hause und hörte beide wie am spieß brüllen Alice in ihrem jähzorn und emma in purer angst ich stürzte ins zimmer und sah wie Alice emma in blinder wut schüttelte ich stürzte mich auf Alice um mir die kleine zu entreißen so dass diese taumelte und zu Boden stürzte dabei muss ich Alice eine Verletzung zugezogen haben ein Blutstrom lief ihr über das Gesicht das setzte sie aber keines wegs außer Gefecht sondern machte sie nur noch wütender sie brüllte mir in tierischer ohnmächtiger Wut ins Gesicht so dass ich mir die Ohren mit den Händen verschließen musste und rannte dann blindlings ins Moor rannte einfach ich lief ihr natürlich nach ihren Namen rufend Alice Alice komm zurück bleib stehen aber meine Tochter drehte sich nicht einmal herum sondern lief nur weiter blindlings in ihr verderben denn wie sie nun so rannte hatte sie den festen Boden unter ihren Füßen längst hinter sich gelassen und befand sich nun inmitten der Moortümpel ich schrie erneut sie solle auf den Weg zurückkehren doch zu spät ich sah sie plötzlich einen falschen Schritt tun und feststecken und ehe ich mich versah war sie bis zur Hüfte eingesunken in heller Panik suchte ich nach einem Stock und fand schließlich auch einen doch zu spät sie war bereits ganz ins Moor eingesunken das letzte was ich von ihr sah waren ihre wild rudernden Hände den Leuten habe ich erzählt sie sei davon gelaufen hatte sie ja schon öfter getan bei diesen Worten wurde Mrs. Russell von einem Weinkrampf geschüttelt und vermochte ihre Sprache fürs Erste nicht wieder zu finden lassen sie mich die Geschichte weiter erzählen vernahm ich plötzlich die ruhige Stimme von Holmes als sie gut zwanzig Jahre danach von einem Moorleichenfund in der Zeitung lasen wussten sie dass es niemand anders als Alice sein konnte denn die Beschreibungen des Polizisten passten akkurat zu den körperlichen Deformationen unter denen Alice gelitten hatte nur ging einer dieser einfältigen Provinzschreiber doch tatsächlich davon aus dass es sich bei Alice Leichnam mit seinen anatomischen Besonderheiten um den Körper eines Urmenschen handeln könnte ihnen sollte das recht sein so würde man der wahren Geschichte schließlich nicht auf die Spur kommen doch dann erschien jener Zeitungsartikel in dem die Rede davon war dass Alice einem Experten überstellt werden sollte sie ahnten dass dieser Experte nur Dr. Mortimer sein konnte als eine Patientin wussten sie um dessen Leidenschaft für die Anthropologie sie bekamen es mit der Angst zu tun wenn sie vielleicht auch nicht die Mörderin ihrer Tochter gewesen sind zumindest nicht im juristischen Sinne so fühlten sie sich doch als solche und Dr. Mortimer würde die Wahrheit wohl letztendlich doch herausbringen fürchteten sie und brachen in der Folge in dessen Scheune ein es war aber eine feuchte Nacht und der Fußweg von ihrem Haus hierher nicht unbeschwerlich so dass ihnen ihr Räumer zu schaffen machte die letzten Meter bis zur Scheune humpelten sie nur noch doch fanden sie den Leichnam hier überhaupt nicht so dass sie sich gleich in der Nacht darauf an den einzigen Ort begaben an dem dieser sich noch befinden konnte die Polizeiwache von Comby Tracy eigentlich hatten sie den Leichnam von hier entwenden wollen doch sind sie vermutlich von irgendetwas Unerwartetem überrascht worden so dass sie ihren Plan spontan änderten sie schlugen den Leichnam mit dem Schädel gegen die Wand um ihn auf diese Weise zu zerstören und unkenntlich zu machen Mrs. Russell stöhnte auf als ob ihr ein körperlicher Schmerz widerfahren sei schlussendlich fand sie aber ihre Sprache wieder wenn ihre Stimme auch schwach und tonlos blieb ich weiß nicht wer sie sind und was sie für eine Gabe haben aber was sie gesagt haben ist genau was geschah auf der Wache in Comby Tracy hörte ich plötzlich Stimmen von der Straße her obwohl sie sich dorthin nur selten jemand verirrt insbesondere in der Nacht ich geriet in Panik und Tat was sie eben beschrieben nach diesen Worten sprach eine Zeit lang niemand alle fühlten sich angesichts dieser beklemmenden Geschichte nicht wenig betreten ob Mrs. Russell den Tod ihrer Tochter wahrheitsgemäß geschildert hatte würde letztlich ein Gericht klären müssen ich persönlich hegte allerdings keinen Zweifel daran für eine ausgebuffte Lügengeschichte erschien sie mir jedenfalls entschieden zu aufgewühlt wir blieben mit unserer Gefangenen im Kaminzimmer bis der Morgen graute dann wurde Peterson nach Comby Tracy gesendet um dort die Polizei zu verständigen diese traf auch kurze Zeit später ein um Mrs. Russell in Gewahrsam zu nehmen wir blieben noch bis zum nächsten Tag bei den Mortimers Sir Henry Baskerville der von unserer Anwesenheit in Dartmo erfahren hatte hatte auf einer Einladung nach Baskerville Hall zum Abendessen bestanden wir folgten ihr gerne mit der Stimmung auch getrübter war als es der erfolgreiche Abschluss eines Falles vielleicht hätte erwarten lassen gleich am nächsten Tag machten sich Holmes und ich auf den Rückweg nach London etwa zwei Wochen später erhielten wir je einen Brief von Dr. Mortimer der schrieb dass mittlerweile tatsächlich eine Teilrekonstruktion der Moorleiche geglückt sei welche wohl bestätigte dass es sich bei der Toten um Alice Russell handelte wie genaueren Befragungen von Mrs. Russell und einiger Dorfbewohner ergeben hätten habe Alice unter bestimmten Deformationen gelitten wie man sie häufig bei Kindern von Trinkerinnen findet auch Alice Verhaltensauffälligkeiten seien allem Anschein nach auf diese vorgeburtliche Schädigung zurückzuführen zum Abschluss sprach uns Dr. Mortimer noch einmal seinen Dank für unsere Unterstützung aus er sei keineswegs enttäuscht über das nun doch nur recht geringe Alter der Moorleiche sondern ganz im Gegenteil stolz und glücklich darüber mit seinem anthropologischen Wissen zur Aufklärung eines Verbrechens beigetragen zu haben was Mrs. Russell betraf so hörten wir einige Zeit später von einem Gerichtsprozess in dessen Zuge man sie wegen unterschiedlicher Delikte zu einer Zuchthausstrafe verurteilte zumindest eine Anklage wegen Mordes war ihr aber mangels entsprechender Beweise erspart geblieben zu einem